Allen Zügen, die heute und in den nächsten 100 Jahren durch den längsten Tunnel der Welt fahren, wünsche ich eine gute, eine sichere und eine pünktliche Fahrt. Bahn frei, Place au train, via Libra per il strens, via Libra, haitreni. Auf 150 Kilometern wurden Schienen in den beiden Tunnelröhren verlegt. Auf diesen können pro Tag 240 Güterzüge und 65 Personenzüge verkehren. Der neue Gotthard Basistunnel ist mit seinen 57 Kilometern Länge ein herausragendes Tunnelmeisterwerk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017